In Woche 3 der GFL-Saison 2019 müssen fast alle der Favoriten reisen. Die drei souveränen Sieger des letzten Spieltags im Norden sind auswärts am Start, in der GFL Süd fährt Frankfurt Universe zum Hessen-Dabit nach Marburg. Lediglich Meister Schwäbisch Hall Unicorns bildet die Ausnahme und will seinen dritten Saisonsieg auf eigenem Platz gegen München einfahren. Meistgelesene Artikel Fußball, Bundesliga Kovac, ich lag wieder richtig, Fußball, Europa League Skistar schockt mit Geschichte Basketball, griechischer Basketball in Trümmern, Fußball, Champions League, das Millionenopfer wird zum Heldenfußball, Champions League, Maurinho zerpflückt, Ajax Taktik, Dort und bei vielen anderen GFL-Teams gab es diese Woche aber Schwerstarbeit in der Videoanalyse vor allem bei den Trainern der Verteidigung. Letzten Samstag trumpften einige der Neuerscheinungen unter den GFL-Quarterbugs auf Anhieb mit starken Statistiken auf. Hildesheim Quarterback stellte Rekorde auf ebenso wie Rückkehrer Kasai Terrio, der sich mit den Hildesheim-Invaders anschickt, seinem Ex-Team und großen Nachbarn der Invaders, den New Yorker Lions in Braunschweig, die Vormachtstellung im Norden streitig zu machen. Mit 475 Yards durch Pässen übernahm er nicht nur auf Anhieb die Führung in den Quarterback-Statistiken. Seine zusätzlichen 97 Yards am Boden beim Spiel in Potsdam sind sogar vorläufig Liga-Top wert im Laufspiel. Ganz zufrieden war Hildesheims Chef-Trainer Matt Lefiver trotz des klaren 50 zu 28 Erfolges in Potsdam noch nicht. Wir sind in der Redzone Arbeit noch nicht so weit, wie wir das gern sein würden, sieht der Luft nach oben. Sein Angriff habe in diesen aussichtsreichen Situationen jenseits der gegnerischen 20 Yard-Linie schließlich Punkte liegen gelassen. Da will er nun noch Verbesserungen von seiner Startruppe sehen. Dresden muss nach Kiel reisen, das sind schlechte Nachrichten für die Düsseldorf-Panther, die zu ihrer GFL-Heim-Premiere als Wiederaufsteiger am 11. Mai gegen die Hildesheimer Run müssen. Schon bei ihrer 13.49 Uhr Auftakt-Niederlage in Dresden standen sie gegen den neuen Quarterback der Sachsen-Sack-Greenley auf verlorenen Posten. Greenley brachte über 70% seiner Pässe an den Mann und war in dem Punkt sogar noch effektiver als Theriot. Sach-Greenley L. brilliert in der bisherigen GFL-Saison. Urheberrecht-Football-aktuell.de-brock Die Dresden-Monarchs sind nun Gäste der Kiel-Balti-Curricains bei deren Saison-Premiere. Über ein knappes Jahrzehnt waren diese Aufeinandertreffen die meist hart umkämpften Duelle um Platz 2 oder manchmal gar Rang 1 im Norden. Nachdem die Ostsee-Footballer im letzten Jahr Schiffbruch erlitten, klar die Playoffs verpassten und sich vor dieser Saison personell auf vielen Positionen neu aufstellen mussten, wird es für sie gleich ein kleines Schicksalsspiel. Wollen sie wieder zurück in die Spitzengruppe, wird dies kaum ohne einen Heimsieg gegen Dresden klappen. Schaffen die Cowboys den Coup gegen die Unicorns? Ein weiterer neuer Quarterback, der neben Theriot und Greenley letzte Woche mit 455 Yards und vier Touchdown-Päßen begeisterte, war Münchens Brady Bolles. 2016 war er bei den Toronto Argonauts in der kanadischen Profiliga CFL unter Vertrag, im Zusammenspiel mit Jalen Zachary, der 17 Pässe für 234 Yards und drei Touchdowns fing, bringt er nun den Passangriff der Munich. Cowboys in Schwung, mit diesen zwei Spielern haben sich die Cowboys in der Offense klar gegenüber dem Vorjahr verbessert, sagt Jordan Neumann, Head Coach der Schwäbisch Hall Unicorns, die am Samstag Gastgeber für die Münchner sind. In der Defense brauchen wir noch mehr Druck gegen das Laufspiel. Die Rückraumverteidigung hat gegen die Dukes gut gespielt, bekommt diese Woche mit Bolles im Zusammenspiel mit den starken Receivern, Zachary und Kai Silbermann aber eine schwierigere Aufgabe, warnt er. Anders als bei den beiden ersten Meistertiteln der Unicorns 2011 und 2012 basierten deren Championships in den letzten beiden Jahren jedoch gerade auf den Leistungen der Defense. Immer wieder versuchten Teams der GFL Süd diese mit Fokus auf das Passspiel auszuhebeln. Immer wieder scheiterten sie krachend, zuletzt 2018 etwa die Allgäu-Komits. Ob die Münchner es besser machen und die Sensation schaffen können. Heißes Duell in Stuttgart nach ihrem Römi gegen Kirchdorf würde es helfen, denn die Erwartungen, dass in der GFL Süd hinter Schwäbisch Hall und Frankfurt zwischen Platz 3 und 8 alles möglich ist, scheinen sich zu bestätigen. Unter anderem auch deswegen, weil die Stuttgart-Skoppians gegen Marburg schon einmal klar machten, dass sie diesmal nicht noch einmal in die Relegation abrutschen wollen. Ebenso wie ihr Gegner an diesem Sonntag, die Kirchdorf Wildcats. Die waren es schließlich, die trotz des Passgewitters von Bolles und Zachary letzte Woche frech einen Punkt aus München mit nach Hause brachten. 2018 hatten sie auch die Skoppians zu Beginn verblüfft. So geht es unter dem Stuttgarter Fernsehturm nun vielleicht zwar nicht um die Spitze. Dafür könnte aber dort ebenso wie im Berlin-Brandenburger-Duell zwischen Berlin und Potsdam das Spannungsmoment am höchsten sein. Die GFL auf Sport 1 Power by Football aktuell Let's Block Ads Why? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR